Wer sich mir zu eigen gibt, dann lasse ich ewig nicht mehr fallen. Doch wer im Widerstand gegen mich verharrt, der steht in großer Gefahr, meine Liebekraft ganz entbehren zu müssen und in seiner Ursubstanz zu verhärten, ein überaus qualvoller Zustand, den ich verhüten möchte. Diese Wahrheit nun, die seit Beginn den Menschen nicht verheimlicht wurde, hat den Begriff Himmel und Hölle geschaffen, eines seligen und eines unseligen Zustandes, der in der Vorstellung des Menschen räumlich begrenzt ist, bis zuletzt die eigentliche Wahrheit, der Zustand, in der Vorstellung der Menschen zurück trat und nur noch der Ort bestehen blieb, denn sich die Fantasie in allen Farben ausmalte und dadurch vielen irrigen Gedanken Raum gegeben wurde, so dass die Wahrheit künstlich entstellt ist und der Mensch keine Kenntnis mehr davon hat, was eigentlich Himmel und Hölle bedeutet. Leben und Tod sind Himmel und Hölle. Emsige, beklickende Tätigkeit in strahlendem Stimmlicht ist Leben, Kraftlosigkeit, Ohnmacht und tiefste Dunkelheit ist Tod. Und jeder Zustand kann nach oben und nach unten ständig zunehmen, bis das höchste Ziel, selige Verschmelzung mit mir oder der tiefste Absturz, endlos weite Entfernung von mir, erreicht ist. Unvorstellbar ist die Seligkeit, unvorstellbar die Qual und das Leid der Verdammten, die Ewigkeiten schmachten und keine Kraft zur Erlösung mehr haben. Diese Seelen sollt ihr gedenken. Ehrig ist die Lehre, dass es keine Erlösung mehr aus der Hölle gibt, dass diese Seelen auf ewig von mir verdammt sind. Nicht ich verdamme sie, sondern sie selbst haben die Verdammnis gewählt. Nicht ich stürzte sie in die Tiefe, sondern sie selbst sind dem tiefsten Abgrund zugestrebt. Doch meine Liebe lässt nichts auf ewig in dieser weiten Entfernung und darum gibt es auch aus der Hölle eine Erlösung, weil ich auch für diese Wesen gestorben bin am Kreuz, um ihre Schuld auf mich nahm, weil meine Liebe gräser ist als mein Zorn, als meine Gerechtigkeit. Auch die Hölle wird ihre letzten Opfer herausgeben müssen. Das heißt, auch die festeste Materie wird einmal aufgelöst werden, um das Geistige darin frei werden, zum Zweck des Aufstieges zum Leben. Denn die Hölle, wie ihr Menschen sie euch vorstellt, besteht nicht als ein ewig brennender Feuerherd. Sie ist kein Ort, der die verdammten Berg, die Hölle ist ein Zustand, dessen Qualen nicht zu beschreiben sind, ein Zustand, der auf Erden damit beginnt, dass die Menschen mich nicht anerkennen, also sich lossagen von mir und ohne meine Liebekraft bleiben. Sie leben dann wohl noch das körperliche Leben ohne mich und empfinden den kraftlosen Zustand, den die Entfernung von mir mit sich bringt, noch nicht als Qual, doch so wie das Leibesleben zu Ende ist, setzen die Qualen ein, das Bewusstsein völlig ohne Kraft und doch zu sein. Es ist einfangs noch die Möglichkeit, im Jenseits den Widerstand aufzugeben, so die Seele den Vorstellungen wissender Wesen geherrschenkt, doch selten nur werden diese Möglichkeiten ausgewertet, und die Seele sinkt immer tiefer, und die Entfernung von mir wird immer größer. Die Kraftlosigkeit nimmt zu, bis zur endlichen Verhärtung, zur Neubahnung in festester Materie. Dann ist eine endlos lange Entwicklungsperiode vorübergegangen, ohne Erfolg für das einsmals in der Materie gebundene und nun freie Geistige, das als Mensch aus eigenem Antrieb streben sollte danach, jeder materiellen Fessel ledig zu werden. Dass es nun versagt hat, ist sein freier Wille, denn ich lasse es wahrlich nicht fehlen an direkten Mahnungen und Warnungen. Die Hölle hat aber weit größere Einziehungskraft als der Himmel, und es strebt der Mensch mit größtem Eifer doch wieder die Materie an, die die Seele längst überwunden hatte. Und sie ist nun auch sein Los. Sie wird wieder die Hülle des Geistigen, das bei seiner letzten Willensprobe versagte. Die Hölle hat ihre Pforten weit geöffnet, und freiwillig gehen durch diese Pforte zahllose Seelen ein in die Finsternis. Die Hölle wird triumphieren, das heißt, ihr Fürst hat zahlenmäßig großen Erfolg, jedoch ich entwinde ihm alle diese Seelen, die ich in der neuen Schöpfung wieder anzeuge und meinem Gegner jegliche Macht über diese Wesenheit ernehme, indem ich ihn gleichfalls binde, mitten in die Erde. Die festeste Hülle wird ihm als Fessel gegeben, die er nicht eher verlassen kann, bis durch Menschenwillen er wieder an die Macht kommt, indem die Menschen wieder materielle Güter begehren und sich von mir stets mehr und mehr entfernen. Dann kämpft er wieder um die Seelen, und dieser Kampf ist zugelassen, auf dass sich die Seelen bewähren und sich entscheiden für mich oder für ihn, weil ohne Rechten entscheid, kein Mensch selig werden kann. Amen.